John, Ladies and Gentlemen, war ja eine sehr lange Zeit in Berlin, weil er sich erholen musste von diesen ganzen tollen Ereignissen, die sich ereignet haben in den Hauptvideos, wie zum Beispiel Aber jetzt ist er wieder zurück und wir machen heute eine Bromance-Paar-Therapie. Das Ganze findet dank EA in einem Koop-Abenteuer It Takes Two statt. Dieses beliebte Spiel kommt jetzt auch endlich für die Nintendo Switch raus und auch das allererste Mal in deutscher Sprachausgabe. Deutsch, weil Englisch ist ja nicht deine Stärke. Ich spreche kein Deutsch. Annyeonghaseyo. Jetzt kommt's, Freunde. Wir wären nicht John und Ju, wenn wir nicht John und Ju wären und uns was dabei ausgedacht hätten. Und zwar, wir dürfen uns nicht streiten, weil wir spielen als Team It Takes Two und für die Erfahrung als Team werden wir beide noch zusätzlich an eins Seil zusammengebunden. Das ist geil, oder? An der Hand jetzt, oder? Am Hals. Oh mein Gott. Thomas bindet uns an mit einem dreckigen Seil. Was ist denn? Das ist gut. Das kommt erstmal hier so in der Mitte um euch rum. Ihr könnt auch mal ein bisschen enger euch setzen. Ihr seid ein Team, ja? Was hat dieses Seil für eine Funktion? Das stärkt euer Teambewusstsein, weil wir wollen ja, dass ihr wieder zusammenfindet. Damit du auch nicht mal nach Berlin abhauen kannst. John. John. Hast du denn gar keinen Spaß beim Fesseln? Ne, ich guck nochmal, was du so machst. Helfe. Guck mal, so könnt ihr doch ein Team sein. Das ist die beste Therapie, die man euch geben kann hier. So, denkt immer dran, ne? Friends who play together, stay together. Let's go. Ah, by the way, was auch noch wichtig ist, jetzt, weil wir gerade dabei sind und du nicht mehr weglaufen kannst. It Takes Two kann man ja mit Freunden auch online spielen, ohne dass die andere Person das Spiel besitzt. Genau. Wo finden die den Link zu diesem Game? Hier oben. Ne, unten, hier in der Videobeschreibung. So, ey, ich bin gespannt auf das Spiel. Ah. So, aufpassen, John. Aha, sehr gut gemacht, John. Wie war dein Tag? Großartig. Der Toaster ist kaputt und Rosie weigert sich, ihr Gemüse zu essen. Wie war's beim Zahnarzt? Zahnarzt? Jetzt sag mir nicht, du hast den Termin vergessen. Hab ich nicht. Ich dachte, du fährst morgen mit ihr hin. Nein, das war heute. Ich muss morgen arbeiten. Morgen ist Samstag. Ich weiß, ich muss Überstunden machen. Und das jedes Wochenende? Cody, ich bin nicht in Stimmung für diese Diskussion. Hey, hey. Rosie, wir brauchen uns beide, okay? Das ist unfair, sie vorzuschieben. Nein, das stimmt nicht. Ich sage nur, wie es ist. Warum sagen wir ihr nicht einfach, dass wir uns scheiden lassen? Ist auch nicht leicht für mich. Wir sollten es hier nicht sagen. Lass uns stattdessen Freunde bleiben. Lass uns für immer Freunde bleiben. Ich liebe dich, Cody. Ich liebe dich auch, May. So, welchen Charakter wer willst du sein? Willst du dieser Rezo sein? Ich habe eine Brille auf, das ist ja nicht die. Also No Front, aber der sieht ein bisschen mehr aus wie du, oder? Oder nicht doch? Du bist so, wenn der dick ist, oder was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Mir ist egal. Ich kann auch den nehmen. Ich habe ihr schon gewählt. Ich bin die Blauhaarige. Was ist das für ein Stück Schinken, was ich da drehe? Oh, süß. Rosie, Süßer, du weißt, dass wir dich lieben, oder? Ja. Nein, tu es nicht. Manchmal bedeutet das, dass wir Dinge tun müssen, die vielleicht nicht immer angenehm sind. Was wir versuchen dir zu sagen, ist, dass, naja, Mama und Papa haben sich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Literally jedes Gespräch zwischen uns beiden. Kann ich jetzt in meinem Zimmer spielen? Ja, ja, natürlich, Süßer. So war das Gespräch, als ich nach Berlin gegangen bin. Ja. Mama und Papa haben sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. So, du bist beide. Und ich gehe auf mein Zimmer, oder was? Boah, ist das ja cool. Boah, ist ein Schloss aus einem Schrank gebaut? Das hatte ich nicht als Kind. Lassen wir! Aua! Das ist wie ein Film, eigentlich. Ja, also gerade gucken wir einen Film. Ja, gefesselt. Tagsüber. Auf dem Sofa. Dr. Hakim, du musst mir jetzt helfen. Sie müssen unbedingt zusammenbleiben. Da steht, Liebe ist Arbeit. Seht ihr? Ihr müsst daran arbeiten. Ach so, bei mir auch, aber ich mag das. Ich wünsch dir, ihr könntet wieder Freunde sein. Oh. Träne. Zip, zip. Boah. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Das ist mir echt. Das ist mir echt du. Sie sehen ein bisschen menschlicher aus jetzt. Menschlicher aus jetzt. Was ist das? Was ist? Hilfe! Oli, ich versuche zu schlafen. Sei leise. Nein, bist du das? Warum siehst du aus wie ein Lehmknochen? Warum siehst du aus wie eine Holzpuppe? So, war unser erstes Treffen auch. Was hast du bloß getan? Was? Ich? Warum beschuldigst du immer mich? Das ist mir echt. Ich habe auch so... Das war ein Buch. Das ist ein Stück Schinken. Ich bin Dr. Hakeem. Weltweit Experte in Sachen Liebe. Dr. Hakeem braucht jeder in seinem Leben. Das ist ein richtiger Winz eigentlich. Ich habe Millionen von Pärchen geholfen und jetzt helfe ich euch beiden, wieder zusammen zu kommen. Das muss definitiv ein Albtraum sein. Ich muss aufwachen. Nein! Oh. So trennen sich unsere Wege. Nicht. Krass. Ah, also wenn einer stirbt, dann... Ganz genau. Okay. Mr. Buch. Hakeem, hallo. Ihr seid hier, um eure Beziehung zu reparieren. Es ist längst geklärt. Ja, ja. Wir lassen uns scheiden. Alles gut. Nein! Ich werde euch helfen, eure Beziehung zu retten. Das sind die Eltern. Ja, ja. Aber du hast doch so gerade erst gecheckt. Nein, nein. Ich wollte es dir nochmal erklären. Weil du sagst, ich bin dumm. Ja, ja. Was ich meine. Hallo? Hallo? Okay, es geht los. Hey, geil. Ach, ich möchte, du bis links. Weißt du, wenn ich hier runtergehe? Oh. Wo müssen wir hin? Flitzen? Oh. Boah. Ah, mit B springt man. Es ist dir jetzt erst eingefallen, dass man mit B springt. Wo bist du? Ach, ich kann ja bei dir einfach gucken. Ah, du willst hier hoch, ja? Ja, lass mal. Sollen wir hier hoch? Kommst du hier hoch? Ja, komm da. Links, links. Einfach hoch. Nein. Wie? Links. Hier hoch. Einfach hier. Ja. Weiß ich doch. Puh. Und jetzt? Guck mal. Ich mach MMA. Pum. Pum. Ja, ist schon cool. Aber was müssen wir jetzt machen? Willst du mir zu unserer Tochter? Guck mal. Ich kann auch schleichen. Ach, wie geht das denn? Das sag ich dir nicht. Das muss ich selber herausfinden. Mit A. Ich glaube, wir müssen hier nicht hin. Komm, lass wieder runter. Juhu. Oh, man kann doppelt springen. Ja, mit. Ach, guck mal hier. Aha. Hey, May. Geh mir hier zur Hand. Wow. May, äh, die sind lebendig geworden. Was ist hier bitte los, hm? Ich hab keine Ahnung. Aber was immer es auch ist, ohne die Sicherung bekommen wir die Treppe nicht heruntergefahren. Ah, wir wollen nach oben. Boah, ich glaub echt, das wär so ein Albtraum, wenn ich mit dir geschrumpft wäre und wir müssen da wieder irgendwie wegkommen. Guck mal, wir tun die jetzt hier rein. Okay. Behalte die Sicherung im Auge. Ja. Fühlst du dich nicht komisch? Irgendwie hölzer? Eins fehlt noch. Hol du das schon mal, ich warte hier unten. Warum? Wir müssen zusammenarbeiten. Mhh, das ist dein Problem jetzt. Oh, sie sitzt in der Falle. Ich glaube, ich muss den runterdrücken jetzt. Ja, mach mal. Aber wie? Ja, keine Ahnung, ne? Warum fragst du mich? Warte, wir müssen das zusammen, glaube ich, machen. Ich komme. Ich helfe dich. Rette dich mal wieder aus der Scheiße. Moment. Ich mach schon, ich mach das schon. Ne, ne, ich mach das jetzt. Sehr gut. Oh, der haut aber ab. Litschig wie ein Fisch, was? Boah, das ist ein richtiger Ninja. Ah. Komm, ich zeig dir jetzt. Ich zeig dir, wie das geht. Guck, so, zack. Ne, guck mal, du musst hier. Guck mal hier, bei mir. Ah, krass. Ich krieg das, ich krieg das. Zurück. Nein. Wo bist du? Das Geräusch gefällt mir so gar nicht. Hallo. Oh. Wir müssen jetzt ducken. Oh, high voltage. Das ist geile Abenteuer einfach. Wo bist du? Warte, linker Steak sprinten, einen ausschalten. Guck, wie der rennt. Wie, warum rennst du so cool? Achso, du musst gedrückt halten. Wie lache ich gerade? Ich will da nicht reinpacken. Das war doch klar, dass es passiert. Mein Hirn ist durchgebrotselt. Du musst das glotzen. Ja, einmal muss jeder die Erfahrung machen. Das war elektrisierend. Ja, okay, hier kommen wir nicht hoch. Ich glaube, wir müssen hier einfach runter. Achso. Machen wir das gemeinsam. Okay. Drei, zwei, eins. Drei. Zählst du nicht mal? Drei, zwei, eins. Oh. Wahrscheinlich muss man sich hier dran halten. Das Ding ist so schnell, ey. Oh mein Gott. Aber da, eine Oberfläche, da können wir uns dran hängen. Die hier. Mhm. So, Doppelsprung. Pup. Und nochmal einen. Du musst Doppelsprung und dann nochmal diesen Flitzer machen. Aha. Und nochmal. Boah, ey, so hochspringen würde ich gerne können. Oh, vielleicht kann uns der Behälter weiterhelfen. Oh, hier rein. Geh mal, du musst oben drauf, glaube ich. Ja, jetzt. So. Du kannst auch mitkommen, aber du kannst auch da unten bleiben. Ich glaube. Das ist sowas wie ein Katapult. Ja. Ist das eine Säge? Ich glaube, damit startet man die Säge. Ja, das ist eine Säge. Oh, smart, John, smart. Geh drauf, geh drauf. Festhalten. Wuhu. Alter. Oh mein Gott. Wo? Wir haben's. Hierhin, komm. Ach, hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Ja, ist richtig, wo du hingehst. Oh. Guck mal. Easy. Easy, cheesy. Dann los. Nein, hack ihm. Boah. Alter, übertreibt der einfach. Boah. Was war das denn gerade? Oh. Oh. Wo ist sie? Rosie. Boah, die kriegt doch einen Schock, wenn ihr uns jetzt sieht. Oh, nein. Ach, nicht du schon wieder. Du hast den Weg, du doofes Buch. Boah, ich habe richtig Rückenschmerz. Aber nicht so sitzen, weil ich so gerade sitzen muss. Ist das nicht gut eigentlich? Ja, eigentlich sitze ich immer so. Aber vorher will ich, dass ihr noch jemanden kennenlernt. Oh. Oh nein, was kommt jetzt? Oh. Was zum Teufel ist das? Wieso kommt mir deine Stimme so bekannt vor? Meine? Oh, was? Nein, wir kennen uns nicht. Erinnert mich irgendwie an einen Staubsauger. Yo, Staubsauger. Que pasa? Weißt du, wer dieser Typ da ist? Ich verrate es dir. Das ist... Oh nein. Der Typ, der den ganzen schmutzigen Schrott in deinen Bauch gesaugt hat. Oh. Nein. Ja, du bist es. Ich dachte, Staubsauger mögen das. Ah. Boah. Ah. Ah, das ist ja älgelig. Das ist ein Stück Kot oder was ist das? Das nennst du Staub? Oh, eine Batterie. Finde ich nicht gut, dass du es eingesaugt hast. Deswegen ist er also kaputt gegangen. Und du hast ihm versprochen, mich zu reparieren. Danke. Stattdessen hast du mich für immer hier eingesperrt. Boah. Oh nein. Oh shit. Das war es dann mit dem Spiel. Hä, aber was ist das denn für ein Staubsauger? Ich kenn den weiß ja auch nicht. Wir sind auf jeden Fall recht robust gebaut. Mann, dusch mal wieder. Ihr wollt doch bestimmt wieder zu Rosie. Ja. Dann müsst ihr zusammen vorher auf den Staubsauger. Wieso nur musst du uns das antun? Damit ihr beide wieder lernt, zusammenzuarbeiten. Nicht gerade unsere Stärke. Zusammenarbeit ist das Geheimnis für eine lange erfüllte Partnerschaft. Warum ist Haki eigentlich so ein Mexikaner? Warum nicht? Excuse me? Hasta la vista. Viel Glück. Mach's gut. Verrücktes Buch. Wenn du ihn nicht kaputt gemacht hast. Das ist so romantischer. Haki klingt für mich eher wie ein türkischer Name. Stimmt. Jetzt wird es aber ein bisschen horrormäßig. Geh hier rein. Wir gehen hier rein. Doch, doch. Oh, ich warte erst mal. Boah. Alter, geil. Und hier weiter, oder was? Oh. Nein. Nee. Hier hin, zu mir. Nee, wir müssen erst mal hier. Nee, hier. Guck. Wupp. Guck mal. Wir müssen das hier. Nein. Müssen wir so machen. Danke. Sorry. Versuch mich nicht verallt. Na, geh. Wie oft willst du mich noch umbringen? Ja. Wie oft willst du mich noch umbringen? Oben, nach oben. Was soll ich richtig machen? Ja, du bist gestorben. Ja, ich sterbe die ganze Zeit. Du musst nach oben das Ding machen. Geht ja nicht. Natürlich. Boom. Zack. Jetzt spring mal auf diesen Ventilator. Einfach drauf. Und easy. Zack. Guck, jetzt fliegt's. Als hätte ich dieses Spiel mitprogrammiert. Guck mal, hier. Ja, ist safe. Boah, auf einmal einfach ein Tempel hier. Richtig Indiana Jones. Voll. Guck mal, ist richtig Speedrun hier. Und rein mit uns hier. Ja, hui. Ist richtig? Ja, ist richtig. Nee. Wir müssen wieder hier. Ich muss hier mein Rohr wieder nach oben. Okay. Hä? Wir sind auf beiden Seiten jetzt einfach so. Du musst, glaube ich, hier hoch. Hier bei mir musst du hoch. Andersrum. Nee, beide müssen wir hoch. Also, ich geh zuerst hoch dann. Ja. Mach richtig. Was machst du? Ja, ich wollte, guck mal. Wir haben Abkürzung gefunden. Ah. Und jetzt? Was passiert denn? Uah. Wollen wir reinspringen? Wenn du so fragst. Oh. Geil. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja. Hilf mir. Aber müssen wir hier rein? Ja. Hey, das hat eigentlich Spaß gemacht. Wollte ich gerade sagen. Na, hier. Nee, du musst durch den, durch den, durch den. Ach so, hier kann man einfach durchlaufen. Okay, du musst mir jetzt irgendwie helfen, dass ich hier durch kann. Okay, dann lass doch mal sehen, was haben wir hier. Gut. Ja, okay. High Voltage, Danger. Und ich packe erstmal an beiden Seiten dran. Ich glaube, du musst erstmal was mit dem Schlauch machen. Wieso, dass die Luft... Ja, 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 ja. Ach, du bist durch. Jetzt halte ich mal hier dran fest. Ich mache Strom an. Und jetzt komme ich schnell. Und du bist dran. Ja. Ich bin auch wieder weg hier, mein Lieber. Boah, da bin ich richtig hier gesaugt, mein Lieber. Uiihilfe! Alter! Noch höher. Kleine Ninjas sind. Wir sind richtige Ninjas. Jetzt auf einmal ein Sidescroller geworden. Voll geil. Ich frage mich, Level Design? Voll, ne? Dieses Design ist einfach heftig. Texto ist ja auch eines der erfolgreichsten Spiele gewesen. Das wurde ja irgendwie auf PC schon über 5 Millionen Mal runtergeladen. Also auf PC und anderen Konsolen. Macht doch Spaß, ne? Voll. Das sieht gefährlich aus. Spring einfach im richtigen... Spring einfach im... Spring einfach... Ah, hat er mich hier runtergeschubst. Ventilatoren, damit habe ich es nicht so ganz, ne? Oh, oh! Doppelsprung. Kannst du? Nee, ich kann keinen Doppelsprung machen. Hilf mir, bitte. Hilf mir. Ja, wie ist das? Warte, ich komme von der anderen Seite. Ich bin immer ein bisschen tiefer. Das ist nicht gut. Warum hilfst du mir nicht? Ja, was soll ich denn machen? Du Ehrenloser! Oh, Junge! Ey, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe mich kein einziges Mal versprungen bis jetzt. Komm, nein, Junge! Oh! Was denn? Alles entspannt. Alles easy. Das ist so bullshit, Alter. Du bist was draufgegangen. So, was ist das jetzt? Okay, der eine muss sich festhalten, der andere muss drehen. Alles klar! Dreh ihn! Dreh doch die ganze Zeit. Sehr gut machst du das. Was auch immer das ist für ein Ventilator. Oh, 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 oh! Sehr gut machst du das. Dann kletter mal da hoch zu dem Knopf. Wie sind Kalorien verbrauchen, danke. Ich muss hier irgendwas machen. Ja. Ah, ja, da ist ein Knopf. Oh. Jetzt dreht sich das von allein. Oh, easy. Guck mal jetzt, first try. Oh, no! Guck mal jetzt, first try. Und drehen. Wir haben es geschafft. Warte, warte. Siehst du? Es muss spannend bleiben. Oh! Oh! Oh mein Gott! Alter, first try. Na, nicht schlecht. Oh, warte. Was? Nein! Ja, ja. Ah! So, jetzt kannst du es. Okay. Und jetzt drehen wir wieder. Wechseln. 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 Oh, und nochmal wechseln. Wechseln. Oh, das war so knapp, ne? Oh, ja. Meine Güte, ey. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du alleine machen, aber. Denn ich habe eine ganz andere Mission jetzt hier. So, jetzt kriegst du alles zurück. Was sind wahre Freunde? Was für ein komisches Gefühl ist es, diese Menschen plötzlich mit einem anderen Auge zu sehen. Oh, boah. Es muss spannend bleiben. Es muss spannend bleiben. Boah, ich bin voll am schwitzen hier. Ja. Ninja Warrior hier. Ich würde das auch folgern können, sowas, ne? Ja, dann übe das doch einfach. Ich meine, Jackie Chan kann das auch. Kann er das? Ja, ja. Der braucht nicht mal. Der kann das in einer Ecke. Kann er das? Ja, okay. Ich gehe rein. Ja, er hat schon gesehen, was du machen wolltest. Ich komme zuerst zu Rosie. Warte doch mal jetzt auf mich. Ich bin gar nicht zusammen. Du kriegst mich nicht. Das ist das Allerbeste hier. Das macht echt Spaß. Sieht so geil aus. Was ist eigentlich für ein krasser Keller, was es da so alles gibt? Das war etwas zu viel für mich. Ich komme ja nicht weiter ohne dich. Ich habe es eingesehen. Sag, dass du mich brauchst. Ich habe es eingesehen, ja. Nee, ich will, dass du es sagst. Sag, dass du mich brauchst. Sag, komm, sag. Das ist eine Therapie hier. Sag, dass du mich brauchst. Ja, okay. Ich brauche dich hier mal ganz kurz, aber nur. Ah, krass. Easy. Finde Cody. Okay, das ist jetzt mein Ding. Sorry. Hey, Cody, bin ich? Ach so, stimmt. Finde Cody. Okay, warum? Ja, da bist du. Ah, guck mal. Schau mal, was ich jetzt mache für dich. Jetzt kannst du da drauf. Alter, war das knapp. Und jetzt? Ey, wir spielen schon eine halbe Stunde. Die Zeit vergeht so schnell. Das hat so einen geilen Flow, dieses Spiel, ne? Du bist halt die ganze Zeit drin. Du musst doch reinspringen. Ich muss gar nichts machen. Ich bin mein eigener Mensch, okay? Springen Sie bitte daher. So, gehen wir rein. Und jetzt hoch. Alter, das war Teamwork. Ja, aber wo muss ich jetzt hin? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo du bist. Ach so, ich muss hier rein jetzt. Ja, und jetzt? Ich aimme dich hier rein. So, aber ich bin ein bisschen wackelig. So. Oh, ach so, ich kann schießen. Ja, da kommt ein Ball jetzt. Ah, ich glaube, wir können etwas von dem Staub und dem anderen Zeug gebrauchen. Ja, 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 schieß mal mehr rein hier. Mehr Bälle. Ah, ja. Geil, ja. Weiter, weiter. Shooter. Hä, wo bist du denn? Wo bist du? Ich gehe hier weiter. Warte, ich helfe dir jetzt. Du hilfst mir? Ich glaube, ich helfe dir, meinst du? Ja, so, nee, wir helfen uns zusammen. Nee, ich helfe dir. Doch, 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 doch. Nee. Wir helfen uns gegenseitig. Hm, nee. Oh, wir spielen nicht mehr. Oh, den müssen wir. Oh, Bosskampf. Okay, jetzt ist richtig Zusammenarbeit. Jetzt nicht mal so Ego-Tour machen, bitte, John. Danke. Ihr habt mich eingesperrt, damit ich verraten. Ja, haben wir. Ach, wir müssen hier beide sterben. Nein, warte. Ich kann dich immer noch reparieren und dann funktionierst du wieder. Los mit den Lügen. Nein, 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 es stimmt. Sie ist Ingenieurin und zwar eine richtig gute. Das stimmt. Hey, Staubsauger. Du hast gerülps. Über krank nach Kaffee gerochen. Kaffee riecht doch eigentlich gut, oder? Nee, nee. Der Mundgeruch Kaffee riecht richtig mies. Ah, okay. Weißt du doch selber, wie alt bist du denn? Du lebst doch so lange auf diesem Planeten. Natürlich, wenn die Lehrerin damals Kaffee getrunken hat. Hast du auch gedacht immer, oder? Hast du mich durch einen Turbo X 2000 ersetzt? Uh, so wie du mich damals ersetzt hast mit diesem anderen Halb-Singapurer in Berlin. Ich zeige euch, wer hier die beste Saugkraft hat. Okay, das war mein Stichwort. Wir sehen uns. Hakim, wohin? Haut einfach ab. Okay, let's go. Boah, er hat so viel Leben. Was müssen wir machen? Ach, dieser Staubsauger ist absolut durchgedreht. Ah, der muss das hier einsaugen. Ho, ho, ho. Du musst nach oben schießen. Ja, ich kann... Ah, aua. Nee, du machst es nicht gut. Du machst das nicht gut. Wie viele von den Fickern hat er? Jo, leider falsch. So, jetzt aim. Einer muss da oben hin. Wie, einer? Wo oben hin? Warum? Hier, einer muss aim, einer muss einsaugen. Okay. Ich aime. Dann aime. Ich aime. Aime. Ja, ho, ho. Nee, du. Du bist alleine jetzt. Digga, wo bist du? Du bist ja... Du bist gestorben. Nein, nein, nein. X. Drück doch X. Hä? Ach so. Ah. Jetzt bin ich zu. So, jetzt, jetzt, jetzt. Warte, warte. Okay, ja. Schnell drauf, schnell drauf. Und ich sauge. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was sind das? Mienen? Ja. Was machen wir jetzt? Wohin? 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 Oh, shit! Okay, 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 okay. Alles in der Kontrolle. Wir haben nichts verloren. Ah, jetzt kommt das wieder. Ich ziele. Okay, ready? Ja. Hä? Hast du getroffen? Ja. In dem Mund, oder? Ja. In dem Mund? Ich glaube, du musst einfach nur auf ihn drauf, oder? Warum hast du Steine eingesaugt? Weiß ich nicht. Warum hast du den Staubsaugen nicht repariert? Ja, das ist ja immer so. Oh, der hat gesessen. Ready? Ja. Und go. Einfach ins Gesicht. Oh, wir ziehen eben gar nicht mehr so viele ab, irgendwie. Nee, ich glaube, wir müssen vorne bleiben, damit, weil voll viele von diesen Steinen liegen oben. Genau, die müssen so liegen, dass du die einsauben kannst. Okay. Ready? Jetzt. Nee, ich sauge immer alle ein. Nee, voll viele liegen da. Nee, doch. Nein, warte doch. Mach, mach, schieß, schieß, schieß. Siehst du, war doch, guck mal. Boom. Jetzt macht der Kompos. Oh mein Gott, der ist so wütend, ne? Nein. Oh, ah. Yeah. Oh mein Gott, wir sind quasi... Boom. Du darfst, glaube ich, nicht gleichzeitig sterben. Ja, dann ist es verloren. Oh, schnell. Okay, schnell, schnell. Warte, warte. Nein, ich warte nicht. Yes, go. Wir haben es geschafft. Komm da, vorne. Der hat aufgehört. Bringen wir es zu Ende. Oh, was kommt jetzt? Jetzt saugt er sich selber auf. Oh, das ist sehr brutal. Sehr brutal. Er saugt seine eigenen Augen. X, X. Meinst du nicht, dass das etwas zu weit geht? Aber er wollte uns umbringen. I, das ist voll brutal. Oh mein Gott. Alter. Alter, Schäle. Boah, heftig. Der tut mir ein bisschen leid. Ein bisschen. Er wurde erst mal ersetzt. Er wurde erst mal mit Müll befüllt, dann ersetzt und dann noch ermordet. Verdammter Staubsauger. Komm, ey. Wir müssen Rosie finden, bevor sie weg ist. Ich hoffe, sie weiß, was mit uns passiert ist. So, okay, liebe Freunde. Ich habe so Rückenschmerzen, ne? Weil ich die ganze Zeit irgendwie so war. Ja, ich bin auch so leicht schreckt. Boah, das hat gar nichts gebracht. Das liegt halt an. Da hier unten sieht es viel schlimmer aus, by the way. Ey, das Spiel spielt auf jeden Fall noch zu Ende. Das hat echt Spaß. Das macht echt mega Bock. Liebe Freunde, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Oh, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ist mal ein bisschen was anderes hier auf diesem Kanal. Aber why not? Dieses Spiel hat ja auch einige Preise gewonnen. Ich finde, das merkt man einfach, weil... Teamwork. Man merkt, dieses Spiel ist auf jeden Fall ein Preisgewinner. Es hat wirklich zahlreiche Preise weltweit abgeräumt, ne? Nur so als Info. Mega geil. Mega geiles Spiel. Und jetzt das Draußen Prügeln. Mega geil.